Hier wohnen die bestimmt, ne? Deshalb sind da auch so viele gewesen. Ja. Irgendein Holzdinger abgefallen hat. Ich dachte gerade, da hätte sich einer bewegen. Sollen wir runtergehen? Ich weiß nicht. Nicht hier, weil wenn da unten was ist, dann kann man nicht mehr so schnell wieder hoch. Ja, man kann da rein in diese Hütten, ne? Ich weiß nicht, was wir da finden. Oh, da oben. Eins, zwei, drei. Och Mann, ey, die Nerven. Ist das schlimmer geworden? Kann das sein? Ja, ich glaube. Komm, wir gehen runter. Ach, hier kommt man auch wieder hoch, wenn wir wollen. Oh, hier liegen Haie. Ich habe einen Laptop gefunden, da kann man ein bisschen zocken. Ja, da können wir sofort zocken. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Ja, ich habe den Hai, ich habe den Hai gerade, äh... Boah, guck dir das an. Ja, der ist riesig. Den können wir uns mitnehmen für die... ...für die Hütte, wenn wir noch mal jemals nach Hause kommen. So, ich will aber hier in die Dinger rein. Ah, was ist das? Ach so. Über diese blutigen Köpfe wieder. Komm, wir gehen mal hier hoch. Das ist ja cool. Oh. Hier flippt eine Holzbank rum. Okay. Da scheint so, dass die hier wohnen, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, aber warum wohnen die hier und wir nicht? Weil es ist echt nett hier. Kannst du dir vorstellen, sesshaft zu werden? Ja. Doch, mit einer Rutsche. Okay, dann machen wir... Oh. Guck, was wir mit deinen Trophäen machen. Komm. Vielleicht möchte sie ja selber eine Trophäe werden. Ich vermute. Ist hier eine Schoki? Ja. Panzertäte, können wir mal bekommen. Schokolade genommen. Ist das gut? Ja, ich habe endlich ein bisschen Heilung herstellen können. Oh, wie? Ach, wir haben ja auch noch Medizin. Funktioniert bestimmt auch, oder? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich jetzt einiges an Fleisch. Das ist gut, aber wir sind hier echt am A der Welt, ne? Ja, dann gehen wir ja zum B der Welt. Nee, nach Hause, oder? Ich weiß es aber nicht. Dass wir ein bisschen Space weiterbauen können. Ja. Siehst du eigentlich die Markierung von dieser anderen Höhle? Nein. Also weißt du auch nicht mehr, wo die ist. Ja, das kannst du auch. Oh. 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 Sollen wir uns so eine Trophäe hier mitnehmen? Ich versuche die mitzunehmen, ja. Ist da bestimmt schön so ein verrottener Fisch da. Duftet auch lecker. Dem, 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 dem. Wir müssen erst mal nach Hause kommen jetzt. Aber der Weg, ne? Der wird kein leichter sein. Ja. Aber ich bin, habe volle Energie und Magen gefüllt. Wasser ist komplett da. Also sollte jetzt kein Problem sein. Hast du auch den Energiebalken voll? Ist das der blaue oder um die Uhr rings? Hä? Der rote Balken. Links. Wo ist denn? Hä? Wo dann? Wenn du den nicht hast, dann hast du auch kaum noch Energie. Ich sehe keinen roten Balken. Ist der an der Uhr oder? In der Uhr drin, ja. Links, links rum ist so ein Halbkreis. Der ist rund. Ah, rund. Ja, der ist ein blauer. Der ist rechts. Nee, der ist rechts. Und links hast du einen Energiebalken. Und wenn du den jetzt nicht siehst, dann hast du ein Problem. Ach so. Habe ich noch? Ne, ich habe noch nicht. Ja, wie stelle ich ein Medizin her? Ich habe hier irgendwelche Flaschen, aber ich weiß auch gar nicht, was... Hast du links neben dem Rucksack so kleine Pillen? Ich glaube, die können auch... Ja. Nimm die mal. Ob die funktionieren, weiß ich nicht. Ich habe da trotzdem keinen roten Balken. Okay. Ach, ist egal. Ja, wenn wir gleich nochmal Heilung finden, dann gebe ich dir was. Aber die schnellste Möglichkeit wäre jetzt hier rüber zu schwimmen, aber da wir ja hier sowas sehen, ne? Ja, das Krokodil, das macht mir auch Sorgen. Ja, Krokodil auch, ja, das stimmt wohl. Warte mal, ich trinke mal was, dann kann ich auch wieder neue mitnehmen. Boah, hier sind aber echt viele Haie. Die sind alle tot. Sei froh, dass sie tot sind. Überleg dir mal, der würde ja noch hinterhergezappelt kommen. Ja, aber dann sind die nicht so gefährlich wie das Krokodil, ne? Ja. Also das Krokodil, das ist ja richtig blöd. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich hoffe, dass das Krokodil kommt jetzt nicht. So einen Seestern würde ich gerne mitnehmen, die sind voll schön. Ja, aber die können sie nicht aufheben, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir gleich gucken, ob wir auch noch mal, äh, hier kommt bestimmt gleich wieder Dunkelheit. Wenn ich weiter so mache mit meiner Ausdauer, komme ich nirgends mehr an. Ich bin auch gerade platt. Jetzt habe ich einen roten Balken, jetzt ist er fast bis oben. Bis oben? Ja, dann kommt das von den Tabletten. Hunger habe ich auch. Hunger hast du? Mhm. Hast du nicht eben Schokolade gefunden? Stimmt. Ja, aber wo ist denn? Da war es doch was anderes. Ich weiß es nicht. So, werden wir jemals zurückkommen. Unter den Umständen jetzt bestimmt nicht. Lauf, Niki, lauf! Oh, durchs Wasser? Mhm. Oh, du bist mutig. Mhm. Ein bisschen Nervenkitzel muss sein. Sonst kann sie sehr langweilig. Dann will ich das auch machen. Jetzt werde ich gefressen direkt. Du hast dich da ja schon mit dem Krokodil angefreundet. Ich habe auf jeden Fall den Kopf verloren, aber egal. Hier haben wir ohne Hai. So schön war der ja nicht. Hallo. Oh, hier ist tief. Oh, ich bin so langsam. Wäre cool, wenn wir jetzt direkt hier links um die Ecke unserer Hütten sehen. Ich glaube nicht. Hier sind auch wieder Hütten. Und ich habe jetzt Angst, dass hier irgendwas kommt und ich eine Ausdauer nicht habe. Hier gibt es auch wieder so Hochstände. Notfalls könnte man es da verschanzen. Ja, ich schniefe mich zu Tode hier. Ja, ich auch. Ich auch gerade. Ich muss mich mal kurz hier... Oh, hier sind die Container. Hatten wir die nicht schon mal gesehen? Ja, ich glaube, die waren sogar in der Nähe von der Base. Ja, ja, ja. Okay. Okay, wir machen es. Oh, Mann, jetzt schniefe. Mann, ich hasse das. Da kommt Niki. Schniefe, 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 schniefe. Von hier aus hat man einen guten Überblick. Meine Spielfigur, die macht schon richtig so... Oh, weia. Okay, dann komme ich wieder runter, weil hier ist nämlich nichts. Aber dann können wir direkt die Container kontrollieren und dann sind wir bestimmt auch fast zu Hause. Ich glaube, hinter den Containern... Oh, jetzt habe ich das aus Versehen zu schlagen hier. Ich glaube, hinter den Containern war das. Ja, ich meine auch, weil die schon mal gesehen haben. Oh, es wird dunkel, ne? Mhm. Ja. Da ist da ein Höhleneingang, ja, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade extrem am Schnaufen bin. Ja, das ist ein Höhleneingang. Oder, oder, oder? Ja. Den haben wir noch nicht entdeckt. Glaube ich auch. Das ist, glaube ich... Bei einem guter Orientierungspunkt sind ja die Container auf alle Fälle. Ja, wenn die nicht noch irgendwo anders liegen, ne? Aber hier waren wir... Also hier waren wir schon mal. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Die haben wir schon mal gelootet. Da ist Elektro-Kram drin. Oh, lauft doch schneller. Mhm. Auch gerade echt Probleme. War das hier? Oh, Story-Element bei mir. Ich komm. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Man kann es nicht lesen. Sahara irgendwas. Oh, Mann. Die Autor... Da drin. Ja. Da kommen wieder Schildies. Schildies brauchen wir... Wir brauchen mal... Eure Schild... Eure Panzer brauchen wir. Ich kann nur einen tragen, von daher. Gucken wir mal, ob da was drin ist. Nein. Okay. Also ich habe echt Probleme mit der Dunkelheit, ne? Bei mir war es gerade richtig finster. Dann habe ich dieses Buch geöffnet, dann wurde es wieder hell. Und dann ging es wieder? Okay. Also ich habe ein Zauberspiel zurzeit. Es wird wieder dunkel. Ja. Dimmerung ist auch da. Da ist unsere Hütte. Echt? Ja. Ja. Wir sind zu Hause. Ja. Das ist cool. Unser Riesenfeuer ist da. Ja. Was soll jetzt noch schief gehen? Ja, das hat Krokodil aus dem Wasser geschossen. Das ist gut. Wir können jetzt direkt das große Feuer anmachen. Mhm. So. Ist ja... Ist das so eine Hütte auch, wo man einen speichern kann? Ja. Und wir können trinken. Oh, schön. Und wir können essen. Ja. Ja, wir sind ja hier perfekt ausgestattet, ne? Ja, wie nehme ich denn das jetzt? Mit der Grifftaste halten. Ah, jetzt. Oh, lecker, lecker. Und hier können wir was einsehen. Ich habe ja Samen gefunden. So. Müssen wir uns in unserem kleinen Kräutergarten bauen. Ja, dann würde ich sagen, äh... Speichern wir nochmal, ne? Mhm. Ich kann es noch gar nicht fassen. Hä? Wie kann ich denn in die Hütte rein? Komm rein. Ach so. Pass auf, komm. Kannst du auch nochmal speichern, wenn du willst. Äh, sollen wir die Nacht jetzt vorspulen? Ne, ne? Nö. Okay, dann kann ich jetzt hier nochmal so einen Wassersammler... Oh, jetzt... Jetzt habe ich da das gleiche Gewicht verloren. Wegen dieser blöden Hütte, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Wie komme ich denn hier raus? Ist er hier? Was ist denn jetzt gerade? Ja, keine Ahnung. Ich komme aus der Hütte nicht mehr raus. Wo ist denn die Tür? Hä? Bin ich jetzt total doof? Ja. Direkt vor dir. Links. Da. Hä? Na, warte. Ich komme, ich komme, ich komme. Guck mal hier. Ja, aber ich war doch hier dran. Ach so, die geht von alleine auf. Ach so, du wolltest sie öffnen so, okay. Ja, ach, bin ich doof, ey. Das kleine Feuer. Das kleine Feuer? Ja, ich habe Blödsinn gemacht. Ich bin gegen das kleine Feuer gelaufen und irgendwie habe ich das gestört. Aber man kann ja ein neues bauen. Ja, ja, klar. Einfaches Feuer? Ich schaue mir mal Schildgrünfleisch noch. Hä? Ach so. So, dann können wir noch was aus dem Trockengestell packen. Den Kopf können wir mal wegtun hier. Oh, ne, okay. Habe ich wieder hier einen kleinen Möwe. So, wenn Tag ist, können wir mal wirklich so ein bisschen in die Richtung gehen, wo wir jetzt im Gegensatz, wo wir herkommen. Mal ein bisschen auch den Wald inspizieren. Das können wir machen. Das können wir machen. Home run. Kann man das Essen irgendwie rausnehmen und dann lagern oder ein Simmentar machen? Ja, auf diesen Trockengestellen lagert das Essen ja, oder was meinst du? Ja, was ein Feuer ist. Ach so. Ich weiß nicht, ob man die hier lagern kann. Die sind jetzt hier drin. Hier ist jetzt fertig gegrilltes Essen. Gucken wir einfach mal, was wir da im Handbuch haben. Wir haben einen Hasenkäfig. Nein. Spocklager, Steinlager. Affenhalter, kleiner Schrank, großer Schrank. Ein Felllager, Fallkorb. Ne, sieht nicht so aus, oder? Finde einen Weg in den Kessel. Wir können höchstens einen großen Schrank bauen und gucken, ob das da reinpasst. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das aus dem Feuer nehme. Guck mal, wir können ein SOS hier an den Strand hinlegen. Denkst du, das hilft? Wir sollten es auf jeden Fall bauen. Wurde da angezeigt. Ein Totem. Geht das jetzt nicht? Geht das nicht. Klappt nicht so ganz, was ich vorhabe. Essen und Wasser. Ne, das wollte ich doch gar nicht. Da machen wir nur viele Steine für, aber vielleicht bringt uns das irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Ist wieder was? Ja. Kommen wir zum Strand? Du hast bloß atmen, hören, dann Licht gesehen. Oh, die sind da. Die wollen unsere Hütte kaputt machen, das stimmt. Kommt. Voll der Laternenmann da mit dem blöden Ding da. Da kommt noch einer. Okay. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Das war's mit euch. Mhm. Packen wir noch Feuer. Ich hab hier noch so einen Wasserbehalt gebaut. Das ist gut. Aber hier kann uns fast gar nichts mehr passieren, was so normale Ernährung angeht. Oh, der legt dir jetzt wirklich direkt aufs Feuer. Das hat er vorher nicht gemacht, vor dem Update. Ist gut. So, ich hab jetzt nochmal ein bisschen Hunger. Ja, hier ist Essen drin im Feuer. Oh. So, warte mal. Komm. Da haben wir schon wieder... Ich kann nur das nehmen, was man nicht, äh... Oh, da rollt ein Kopf. Hm. Movement block. Oh, jetzt hab ich aus Versehen was gegessen, anstatt den Hasen ins Feuer zu machen. Okay, jetzt brauch ich noch ein bisschen trinken und dann bin ich wieder... Also immer dicke Steine einsammeln. Ja. Oh, mein Gott, so ein bisschen lang. Also, bitte. Also, nein. Untertitelung des ZDF, 2020